Und dieser Stufe 3 am Haus ist für Sie! Das war 2 und 3. Wir müssen es alle machen. Steigerung 3! Sehr gut, genau. So, ich brauche einmal 3 von euch hier auf der Seite und 3 von euch auf der anderen Seite. Einmal durchzählen, mischen, ja, sehr gut. So eine Linie bilden, sehr gut. So, ihr seid jetzt hier am roten Teppich. Und wisst ihr, was ihr machen müsst? Hat einer eine Idee? Keine Idee! Wenn die Stars vielleicht kommen, dann auslasten die bei Tokio Hotel oder sowas, ja? Richtig, weinen, kreischen und nur keine Unterwäsche schmeißen? Nein! Okay, gut. So, wir trainieren das jetzt einmal. Ich bin euer Star. Und bei 3 geht's los. Dann ist hier richtig Party, okay? Gut. Auf 3! 3! Genau so! Genau so! Genau so! Aber eins habe ich jetzt vermisst. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Gottreich. Ja, aber nicht von euch. Das war schon okay. Aber das Publikum, ich hatte extra Stufe 3 angefordert. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Gut. Also, auf 3 geht's los! 3! Sehr gut! Genau so! Ah, klasse! So, dann wollen wir doch mal gucken. Ah, ja! Nach meinem Zeitplan geht es jetzt in wenigen Sekunden los. Unser Action-Tour des Abends geht jetzt hier live abholen. Ich bin sehr gespannt. Und wir werden sehen, was werden Sie fragen. Das ist hier vor allem Heidi Klum und... Oh, oh! Oh! Oh, guck mal! Ja, Alter! 12,20 Meter ist der Wagen, glaub ich, lang. Ah! Buongiorno! Schön! So, wir müssen jetzt Angelina und ähm... mal gucken. Ja! Angelina Brooke und James Wendel! Ja! Mein lieber James, sind alle die Leute nur wegen uns hier? Ohne dich hätten wir es nie so weit getracht, Angelina. Ach, schön! Angelina! James! Komm doch mal kurz zu mir! Ja! James! Mann, jetzt bin ich schon fast zwei Meter los! Naja! Angelina! Du bist jetzt ja schon so oft für den Golden Sam Award nominiert gewesen, dass ich kaum mehr noch mitzählen kann. Du spielst in deinen Filmen immer die Schöne, die Einmutige, gleichzeitig aber auch die Heldenhafte, Tappe und Mutige. Bist du denn jetzt wenigstens etwas aufgeregt, den Preis gleich in deinen Händen halten zu dürfen? Na klar! Ja! Schönes Hintergrund! Ähm, James! Was ist James? Was macht ihr da? Spielt ihr Tic-Tac-Toe oder was? So, James! Du bist in deinen Filmen ja immer der Actionheld schlechthin! Also, ich bin schon seit Jahren ein riesen Fan von dir! Nein, 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 ich! Nein, nein, ich! Nicht die Mutter! Ach, ist auch nicht! Ja! Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll! Aber wenn ich du wäre, ja? Dann wäre ich du! Ach, kaum! Ja, nicht so bescheiden, James! Oh, ich bekomme gerade ein Zeichen! Es geht jetzt in wenigen Sekunden los! Angelina, James, geht ihr doch schon mal rein und nehmt eure Plätze ein und wir... Ja, das muss natürlich sein! Fanwork! So, sehr schön! Angelina Croft und James Van Dien! Wahnsinn! So, jetzt sind alle im Theater und das heißt jetzt für uns... Das war's leider schon! Ja! Kommt da einfach wieder auf eure Plätze und nehmt diesen... Stufe 3 am Haus mit! Sehr gut! So, wie war's? Sau toll! Sau toll! Okay, ja! Dann, äh... Viel Spaß noch! Ja! Die Verleihung findet mir jetzt gleich statt. Wir haben auch ein schönes Rahmenprogramm. Celine Dion wird singen, sofern sie das noch dann... Ja! Ah! Komm mal eben hoch hier! Miko, Miko, wir gehen live jetzt! In 3, 2, 4, 5! Schön guten Abend aus Los Angeles zu den großen Golden Sam Awards! Mein Name ist Chris Schark und ich will noch gar nicht kurz zum Hof gehen! Ich geh sofort weiter an meinen Kommentatorkollegen vor Ort! Für sie ist das diesmal... J.B. Vachs! Ja! 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 Danke, vielen Dank, danke, vielen, vielen Dank, danke, ich fühle mich geehrt, danke für die Einladung an die Academy und willkommen, herzlich willkommen zu den Golden Sam Awards. Grüße aus Hollywood gehen in die ganze Welt, an die Millionen und Abermillionen Zuschauer von den Bischöfen. Und was für ein Abend uns hier bevorsteht, ist das nicht total verrückt? Heute feiern wir die besten Actionfilme des Jahres, die wagenmutigsten, die verrücktesten und explosivsten Blockbuster und ihre Darsteller. Oh, und ich höre Geram schon aus der Regie, wir beginnen direkt mit einem Highlight, den heiß ersehnten Award für das beste Action-Duo. Ganze sechsmal nominiert und heute ist es endlich soweit. Lange haben Sie darauf gewartet, ich bitte auf die Bühne, die unverwechselbare Angelina Croft und ihrem langjährigen Vögel-Fadlern-Raufgänger, James Bettine. Andy James, kommt bitte hoch zu mir. Applaus Was für eine Person, nach allen Jahren wohlverdient, die Auszeichnung im Gordon-Sam Award für das Beste zu tun. Und hier kommt auch schon euer Award. Moment, das stimmt nicht. Richtig, die wurden gestohlen. Die Awards wurden... Was? Gestohle, gestohlen? Ja, genau. Liebes Publikum, wir schalten in eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder für so da. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Habe ich auch gefragt. Oh, okay. Was? Angie, was hast du vor? Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Über 10 Jahre warten wir darauf. Heute wäre unser Abend gewesen. Niemand nimmt uns den Award. Aber, aber, was wirst du denn machen? Nein! Also, wir! Also, ich! Also, du! Du kannst doch nicht! Und, wie wir das können! Denk doch nur an Budapest! Oh nein! Bitte nicht Budapest! Wah, ey, ich! Fass dich zusammen! Entschuldigung, das ist die eine Privalveranstaltung! Sie können auch einfach Autor fahren hier. Oh! Und, ihr habt den? Das ist schon ihr bei dem Kumpel! Wucken, wir heißen was ihr könnt! Meine, das ist schon... Was ist denn jetzt? Achtung, James! Ja, James, äh... Hat er wieder angelegt? Holen die Popotron-Katoren, komm zurück! Na... Ja, hier dreht sich alle... Ah... Ah, ruhig... Oh, da ist das MTI! Jetzt ist es gleich vorbei! Ja, da geht es ja nicht weiter! Schön! So! Ja! Ja, die sind da! Oh, das geht jetzt doch mal! Atoll! Und einer ist schon weg in Atoll! Und wir brauchen jetzt den Raubhörer! Ja, und 10! Sehr gut! Ja, aber... Verhebt das doch nicht! Doch, so... Ah! Es hat geliebt! Zeit für eine kleine Shopping-Tour! Oh, jeder steht hier nicht rein! Das kommt jetzt nicht rein! Ich weiß, ob es nur ein Läber-Sektor geht zu sein! Ah! Hast du doch noch was gewünscht! Aber weißt du was das ist? Kokischer geschafft! Ah! Ah! Die Verstärkung! So! Jetzt muss das ja was werden! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Meine Güte! Oh, der Äckerlis! Der Äckerlis schlägt hier! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ja, so! Das ist nur noch ein Preis! Und dann kann man es einspoken! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! So, Äckerlis! Wir brauchen mehr Action hierbei! Wir brauchen mehr Action! Der Preis! Das ist euer Preis! Weiß nicht! Das macht so! Da hat das THB in den Haaren, morgen ist da schon die Türen draußen stehen! Ah ja! So, morgen ist da! Ich habe Ihnen jetzt mal eine Stunde als Stair-Ford! Ja! Officer! Was ist hier los? Ja, Sir! FBI! Supervisor, Sir! Officer Mobelucci, mein Name! Also, ich war hier! Äh, nein, da! Gerade zum Mittag! Da hörte ich verdächtige Geräusche! Mehr so ein Zischen! Nee, eher ein Fiepen! Ähm, äh, Quitschen! Ja, das war's! Äh, vom Greifen! Oder so! Ich glaub eher, das war's du, James! Hey! Kommen Sie zum Punkt! Unser Award wurde gestohlen! Und ich sag's Ihnen, den lassen wir uns nicht nehmen! Wir holen ihn uns zurück! Ah! Moment, Moment, Moment! Sie haben also schon wieder zugeschlagen! Ich leite die Special Unit Operation Red Carpet! Wir sind der berüchtigte Award-Gänger auf der Spur, die es auf renommierte Füllpreise abgesehen hat! Dazu gehören unter anderem... Papi Tarantino! Annenполotti! Ooooooh... Ihr Anführer Oscar Downey Jr., werden wir mal fragen, treffe ich mich. Heute ist mal ich ein besonderer Tag, denn heute habe ich meine Sammlung kompletiert. Seit Jahren warte ich schon darauf, die Anerkennung zu halten, die mir zuerst geht. Ein Award ist nicht möglich, um ein Termin zu bewegen. Da braucht es schon ein paar mehr, alle, um genau zu sein. Und kommt jetzt bloß nicht auf die Idee, mir einen meiner liebgewonnen Schütze wieder wegnehmen zu wollen. Wer ist versucht? Kein exklusives Kino-Ever. Und? Wollt ihr das? Ähm, also dafür sind wir doch hier, oder? Ähm, ich, 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 ich. Auf! Es war ein schlechter Augenblick für ein Autopark, ne? In Deckung! Ja, falle runter! Ich hab's euch hier. James, hier, mach ich noch. Gute Idee, Angelina, James, komm hoch! Mach, 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 mach! Auf! Alles gut hier? Ach, der, er, hat die, der, hat die, ist doch ein paar. So, Maturina! Guck raus, was ist denn? Lass dir eigentlich schon nicht! Jetzt komm mal! Wow! Warte, 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 warte! Hier fahren Sie nicht. Was ist hier los? Lass weg! Supermeister, Sie können ja nicht rumwannern, was das Zeug geht. Kommen Sie mal langsam wieder runter! Das gibt's doch nicht. Das ist doch hier. Oh, da ist hier ein bisschen Emmi-Dinger gegen, äh... Ach, meine, denen haben wir das noch verbrummt. James! Ähm, also, Daniela, James, Emmi, DuDX, Jakim, keine Honor-Chillersatz, dann ist das, was Hühne ganz! Wow! Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Was macht ihr denn los hier? Ich will eine Verleihung machen. Ei, 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 ich lasse das, ey. Oh, was ist denn da ein kleiner los? Lass uns mal losgehen. So, Jalina, hey, jel! Ja! Ahahahahaha! Oh, oh, oh! Komm schon! Verbeißen Ihnen die Leiden! Komm, einweißen! Oh, oh, da fängt doch einer! Chris Cook is on fire! Möchtet hier noch mal jemand? Ich werde nicht mehr loslegen, wenn es jetzt einfach am Wellen ist! Oh, oh, oh! Verstehen Sie alle? Immer heiß geliefert! Na! Verstehen Sie! Hier bist du heiß! Danke, Ruben! Oh, heiß! So, dann zeigt doch, was Sie gucken, wir jetzt schon da rein! Ah, ja! Oh, und jetzt einmal über die größte Quarterfine Deutschlands, extra nach Los Angeles zu kommen. Oh, ja! Ja, das muss man jetzt verhindern. Lämmen! 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 Ah, warte, da muss der Kiel sein, dass der Kilo wieder weg ist. Ich glaube, das wird ganz schön schwer, dass der Klaue. So wie es der Klaue ist, der Klaue ist. Der Klaue ist nicht ein Klaue. So, ach, auf den Klaue! Jungs, du musst es kippen! Der Klaue ist ein Klaue! Dann versuch es noch wenigstens! Dann versuch es! Ja! Ich will ja wenigstens, dass du dich weiterhast. Na, was sagt das? Sie denken wirklich, sie seien uns überlegen, aber ich habe versucht, wir Super-Anchins und Ancient-Technik. Du musst auch wohl vernächtig sein, das aber noch nicht ausmachen. Ich erwarte da schon ein bisschen mehr. Schaut mal, was Minecraft kann! Oh, okay! Zeigen wir denen mal was für den Koffer! Da wird ja was hier bei mir mit zugekommt! Oh! Jetzt bin ich gespannt! Ein Ancient-Film hier! Ein Ancient-Film! Okay, was jetzt? Ah! Oh! Einen T Shadow consequence! Andere Lieber 가까ерх! Guck mal ab du dir! Ja, jetzt schon ab! Ich kann nicht warten, ich denke mal! Ertung, Ertung wieder. So, jetzt noch mal hinterher. Wahnsinn. Walken, Verstärkung. Ich schicke dir den besten Mann. Tja, das wollen wir noch mal sehen. Ja, das wollen wir noch mal sehen. Mal gucken, wer das ist. Ja, ähm. Oha. Ja, schon wieder dieser Officer. Officer, wir haben dafür keine Zeit. Sie erinnern sich, Sie hatten so einen schönen goldenen Preis. Ja? Ja, ja, ja. Er wurde eben gestohlen. Nein, 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 nein. Nichts zu ihm. Oh Mann. Wir brauchen den Preis, Officer. Wir haben hier eine Verleihung. Ja, ähm. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um circa 15 Minuten. Oh, doch nicht. Womit? Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Wow. Oh. Äh, das war ja Fake. Na gut. So, wen haben wir denn hier? LAPD Officer Maubelucci, mein Name. LAPD Officer, das bin ich. Und ich bin verantwortlich für die Movieparkstudios und alles, was da so, naja, drumherum und gleich daneben ist. Ja, gleich daneben und leicht daneben, glaube ich. Na ja, was soll's. Aber Officer, ich kann davon ausgehen, dass jetzt hier alles gesichert ist, ja? Also das, ja, also das, das kann ich nur bestätigen. Ja, sicher, sicher, sicher. Ja, sicher. Gut, eine letzte Frage noch. Und dann war's das auch. Sind Sie alleine hier? Na ja, nicht ganz. Da gibt es noch. Also, 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 ja, ja, doch, das kann man nur so sagen, aber, 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 wofür? Was machen Sie da? Sie haben ihn entwischen lassen. Oh, Mr. FBI, Supervisor, Sir, das sehen Sie falsch. Ich habe ihn nicht entwischen lassen. Ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Genau. Verdammt, Sie haben uns ausgetrickst. Oh, wissen Sie, vielleicht war heute einfach nicht Ihr Tag. Sie, Sie, Achtung! , pandemic. Wir haben uns aus betteren Schraub Combine, stattdessen. Ja. Tschüss. Jetzt haben wir dich! Oh, halt den Jagdum fest! Schauen wir mal, wer jetzt runtersteckt! Chris? Shark? Der Moderator? Tja, der Moderator von Regen! Aber lasst ihr euch ruhig feiern! Ich hab eure Karriere verfolgt und ich hab dasselbe durchgemacht, wie ihr auch! Wo wär ihr denn jetzt, wenn ich nicht gewesen wäre? Ihr wärst niemals so groß geworden, ey! Ey, das hier wär mein Moment gewesen! Muss ich so, ja? Das ist also der Berüchtigte aus Cardone Junior! Richtig! Officer! Sperren Sie ihn ein! Ja? Okay, also mir nach! Folgen Sie mir! Keine Müdigkeit vorschützen! Auf Sie wartet eine bequeme Einzimmerwohnung hinter schwedischen Gardinen! Hehehe! Sagt man doch so, oder? Hören Sie ihn einfach mal ab! Unfassbar! Ähm, hat ihn eigentlich mal jemand gefragt, wo er die Preise versteckt hält? Was? Moment! Aufmachen! Er ist weg! FBI ist super! Weißer Sir! Tja! So schnell steigt man euch noch Starter! Ihr denkt, ich gebe mich so einfach geschlagen? Auf gar keinen Fall! Zumindest nicht! Solange ich noch ein bisschen gute alte Filmer gegen den Händen halte! Ihr wollt Actionhelden sein? Ich zeig euch mal, was einer ist! Hahaha! Ich brauche kein Stuntin! Keine Schauspielschule oder Greenscreen! Ihr kriegt mich nicht! NIEMALS! Ihr wirst ihn aufhalten! Erst zielen! Dann schließen! Fast! Ja, ja, weil ich gar nicht zugehört, da jemand zu sind! Und ich hatte nur genug Position für Einversicht! 106 5 7 5 6 8 Ach, James, ich bin so stolz auf dich. Also, also, ich würde mich ganz gern setzen. Wir haben ihn. Nochmal. Ja, wir haben mich nochmal. Das ist auffällig richtig, ja. Na gut, also, ich erhebe mich. Was soll ich auch machen? Ich bin ja auch singelt. Officer Mozzarella, äh, Luchi, könnten Sie mir gleich mal den Preis überreichen? Wirklich nett. Oh, also, ich glaube, der gehört Ihnen. James, ganz im Ernst, der gehört dir. Ah, uns, Angie, uns, uns, allen, die uns dabei geholfen haben. Danke. Super, nein! Angelina Croft, James McLean und die Officers. Ja, na, dann lasst euch mal feiern bei der Aftershow-Party. Ja, ja. Ja, und gleich werde ich hier noch einen kleinen Weltrekord versuchen. Ja, und noch ein bisschen Action mehr. Du, Miko, komm mal her. Also, ich muss dir mal was sagen. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf den Preis. Ja? Hast du gesehen, wie ich gerade da oben runtergefallen bin? Ich kann kaum selbst glauben, dass ich das war. Na gut, komm, Miko, wir gehen und lassen ja einmal die Action hier walten, ja? Auf geht's! Bring in the action! Ja! 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 Das war's. Was macht ihr hier für mehr? So, ja genau, das ist FBI. Sehr schön, da brauchen wir jetzt hier Walkhead. Wir brauchen jetzt noch hier Walkhead. Hallo, Angelina, James, drei Achtung. So, und jetzt etwas Verstärkung. Genau so. Ja, sehr gut. Und jetzt Weltrekord, meine Damen und Herren. Here we go. Schließend, go. Weltrekord. Wahnsinn, Schau. Wirklich herzlichen Glückwunsch. Coole Sachen, ehrlich. Meine Damen und Herren, das war für Sie. Operation Rick Duffel. Diesmal schon. Und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich um einen riesigen Applaus. Für unser Team. Für die Komponente. Und natürlich auch mal ein riesen Dank an unsere Eidlas-Helfer und unser Pop-Matchen-Office. Danke dir. Sehr schön. So. Da haben wir mal ganz schön verärgern gesorgt. Wow, meine Schuhe. Warte mal. Charon. Sehr deine Sache. Ja. Super geil. So. So. Ja, we go. Mit Diesel. Auch dabei. Ah. Charon scheint schon. So. Boah, weißt du was? Miko, da haben wir jetzt erstmal einen Slash-Eins verdient, oder? Oh, keine Ahnung. Dabei. Einen schönen Cheeseburger mit Goldkümmel drüber. Haben Sie extra noch abgefallen vom Preis. Ja. Oh, keine Ahnung. Ah, Gott. Also, ich würde es kaum ever machen. Miko. Okay. Bö oluyor. Miko. Das ist natürlich auch eine ganze Zeit für die Jungen. Wir haben allein vermisst den größten Ort von den Grenzen. Und äh... Untertitelung des ZDF, 2020